5, 4, 3, 2, 1 Hallo Leute und herzlich willkommen zu deiner neuen Folge des Minecraft-Bild-Projekts! Sag mal, wieso machst du eigentlich immer die Begrüßung? Das bin ich gar nicht für. Weil ich der OP bin. Na und? Du bist scheiße. Nix, dann bin ich halt scheiße. Hallo! Oh ne, 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 nicht der! Ich wuss jetzt nämlich so oft. Ich wollt nur mal Tschü-Tschü sagen. Jo, tschau. Endlich ist der weg, ey, zum Glück. Alter, ich übersteuere gerade sowas. Ja, wir sollen ja nicht mobben, also tun wir das auch nicht. Ey, ich hab ein Schwein gefunden. Nein, nein, da sind zu viele Leute. Du hast kein Schwein gefunden, du bist eins. Jo, bester Dis ever. Ich wahrscheinlich ein Schwein bin. Darf ich doch. Ähm, Schafe, Wolle, Wolle! Wolle? Wolle! Bett, Spornplätzen! Ich brauch Schafe. Töne sie aber nicht. Ich hab zwei Wolle. Oh, da ist Hex. Schenkst du mir drei? Äh, ich bin... Da ist ne Hexe. Stirb. Stirb. Okay, dann gehen wir mal, äh, hier. Ich bin bei Lava. Ja. Der muss hier komplett weg, sowieso. Bei Lava vielleicht? Bah! In your face! Ich hab Redstone! Alter, jetzt schon? The fuck? Das hab ich auch grad gedacht. The fuck? Triffst du mich? Ah ja, Hexe. Achso. Trotzdem, what the fuck? Du kriegst ne Hexe? Okay, ich plane den ersten Angriff auf Donkeys Berg. Ähm. Donkeys? Donkey Kong? Ja, Donkey Kong. Donkey Kong's return. Und hier wird mein erstes Haus drin sein, auf jeden Fall. Look at my horse. My horse is amazing. My horse is amazing. Ja. Aber auf jeden Fall. Gut ersetzt uns von Donkeys. Ja, ich weiß. Das heißt ja auch gar nicht. Du bist nicht zufällig. Yes! Der erste ist durch Creeper gestorben. Fett. 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 Nee, ich war der erste, der gestorben ist. Aber nicht durch Creeper. Doch, ich bin durch Hexe gestorben. Ja, aber nicht durch Creeper. Doch, alles gleich. Nein, das ist nicht das gleiche. Boah, ich brauch was zu essen. Hexe ist OP-hafter. Endlich. Bis zum Tag. Und... Ach, ding. Day, night. Los, gib mir Pilze, du Pilz. Ich hab hier Angst. Okay, ich hab mal... Alter, ich hatte einen LPS-Einbruch und dann auf einmal... ...falle ich das vor meinem Berg. So. Also ich hab mich ganz zerbrach. Gerade. Äh, sagt mir, geben diese roten Pilze nur die roten Pilze? Ja, ja. Baut dir da Pilze ab? Klingt logisch. Ja, ich baue gerade meinen Pilz ab, weil ich gedacht hab, hm, Pilzsuppe. Weißt du? Ich werd jetzt ein bisschen laut in der Aufnahme. Ich stell grad mein Mikrofon ein bisschen um. So, jetzt ist es wieder da. Tut mir leid dafür. Aber mein Rücken macht das einfach nicht lange mit. Ich will's dir ja Bandscheibenvorfall und so. Ähm... Wissen wir? Wissen wir? Meine Zuschauer. Ach so, keine Zuschauer. Welche Zuschauer? Weißt du, was das witzige ist? Welche Zuschauer? Ich hab keine Zuschauer schon, hat's einfach recht. Ich kann nichts abbauen. Du bist halt scheiße. So, was von Scheiße. Ich mein... Pack doch nicht so auf mir rum. Ich meinte ich diesmal gar nicht. Ich muss das zweimal abbauen. Was ist das? Ja, das ist Leggy. Da kommen noch... Wenn noch weitere Leute weg sind, dann geht das. Außer... Nein! Tommy, verpiss dich! Ey, was? Kann man das jetzt... Sag mal, äh, äh, äh... Dongy. Dongy? Ja. Warte mal. Äh, äh, dein Bär, ne? Ja. Hilfe! Hilfe, zwei Zombies! Schrei nicht so. Ich schrei nicht so. Ich will mich halbwegs plausibel mit Dongy unterhalten. Ja. Geh mal auf deinen Berg Richtung mein Berg. Ich will wissen, welcher jetzt wirklich dein ist. Oh, kacke. Ich hab nur ein Herz noch. Du weißt ja, welcher mein Berg ist, ne? Ich muss von unten hochkommen, aber das ist schwer. Wo bist denn du? Und? Guck einfach mal runter. Ja, ich gucke. Da sind Wolken. Auf der Richtung, wo deine Lava ist. Auf der Richtung, wo meine Lava ist? Du hast doch Lava vor deinem Berg. Ja. Guck mal da runter. Ja, ja. Warte. Das dauert ne Zeit. Mein Berg ist groß. Ah. Ähm. Mein Berg. Ja? In the middle of my street. Siehst du mich? Ach, da unten stehst du. Ja? Und das da ist mein Berg. Der da. Der jetzt quasi links vor der Lava. Von mir aus rechts vor der Lava, von dir aus links vor der Lava. Genau. Okay. Und das, was da ganz... Vor der Lava? Ja, hier so. Geh da mal hin. Ich guck dir nach. Hier so. Das ist mein Eingang. Und das da oben gehört auch noch zu meinem Berg. Äh. Da ist gerade ne Wolke vor. Ich seh dich nicht. Ach ne. Das da oben? Ja, jetzt seh ich dich. Okay? Das da oben. Ja. Guck mal in der Aufnahme. Dann siehst du es. Will ich ja nicht. Du... 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 Ne. Ich werf dir ne Spitzhacke runter. Ist in der Lava. Kannst du holen. Ich such grad ein paar Schafe. Okay. Bei mir sind ganz viele Schafe. Witziges Jahrhunderts. Ey komm, versuchen was wer. Ich bin hier für die schlechten Witz zuständig, das weißt du ja. Nope. Keine Schäuze zu... Zufall... Zufall... Da habe drei Schafe. Ja, ich zwei. Weißt du? Nein. Ähm. So. Wartet mal. Ich baue mir jetzt in die Berge. Ha! Also irgendwie ist... sterbt ja alle ziemlich viel. Ha! Ja gerne. Aber weißt du was? Ähm... Kollege? Aus dem Schwierigkeitskrass spielen wir. Ich komm jetzt mal runter. Ich komm jetzt runter und hol dir einen hoch, weißt du. Okay. Geronimo! In Lava gestorben. Nee, ich sterb gerade in... Wasser! Wasser! Das will ich mir angucken. Leider kann ich nicht mehr rennen. Ich auch nicht. Ich kann jetzt wieder rennen. Und ich hab auch alle meine Sachen gesagt. Äh, Castillo, du hast hier vorne mal so ein ganz kleines Feld bauen, okay? Ähm. Ja, ich hab... Ich hab keine Eisen. Für was brauchst du Eisen? Für Wasser. Warum? Wir haben doch hier vorne einen kleinen Fluss. So ein kleines Pseschen. Wo bist du denn? Vor deiner Lava. So, jetzt kannst du... Jetzt kannst du mir dein Werk zeigen. Der ist tot. Ach, da bist du. Komm her. Ja, ich hab keine HP mehr, deswegen. Ich muss aufpassen. Das Pferd... Warte, warte. Das Pferd brennt. Brenne Pferd! Haha. Okay. Und... Nein! Okay. Das hier ist dein Berg, richtig? Nein. Das ist... Der da? Der da? Das ist meiner. Da ist mein Eingang. Okay. Süß. Okay. Wenn du da mal über dem Wasserfall guckst, die neben. Ja? Das da drüber gehört auch noch mehr, weil in diesem kleinen Loch will ich so einen kleinen Garten mit Wasserfällen machen. Alter, nein. Das gehört mir. Das ist mein Berg. Nein, nein. Okay, okay. Darf ich mir die... Darf ich mir wenigst die Kohle abknallen? Ich hab Eisen. Weil so ein bisschen... Nein. Nicht von außen, nicht von außen. Ich will das so ein bisschen verluck haben. Ich hab Eisen. Du darfst die gerne da innen, die. Welche? Achso, okay. Dankeschön. Weil so ein bisschen Kohle wäre jetzt schon mal nicht schlecht. Ich lach dir grad paar Schweine. Ja. Ich lass nicht euch übrig. Alter, ziehen wir mal rein, wie das lackt. Lackt. Ja, das ist ziemlich hart. Ja. Wir müssen ein paar mehr Leute rausmobben. Ja. Wer ist denn noch drin? Midori? Srali? Und Nick? Och, da kommt einer dazu, dass einer geht. Klaro. Vorher meine Küche. Komm, lass die mal zu dritt angreifen oder zu viert. Okay, ich hab jetzt sechs Stück. Jetzt will ich noch Pilze. Pilze! Also nicht diese Haschpilze, sondern die Pilzepilze. Hättest du das wenigstens richtig zumachen können? Klar sprichst du das. Du willst da doch wahrscheinlich Stein reinhauen, oder? Ey, ich kann mich grad nicht bewegen. Wo? Jetzt geht's wieder. In das Loch, das ich gemacht hab. Da willst du doch wahrscheinlich Stein reinhauen, oder? Ja, Steinziegel. Ich hab so'n, so'n Screenstone- und Steinziegel-Fetisch. Ja, und ich hab gerade keine Steinziegel mit. Ergo, lass ich das. Damit du dir da vernünftigen Stein reinhauen kannst. Alter, das leg mal einfach so hart. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Weiß jemand, wie lange wir jetzt wieder aufnehmen? Ich hab wieder nicht drauf geguckt. Nein. Äh, 10 Minuten. 10 Minuten. Eben haben wir um 49, glaub ich, aufgehört. Dann hören wir um 17.10 Uhr auf. Ähm, ne, 5 nach. Damit wir nicht sicher sind. Ich bin mir nicht sicher. Ohhhh. Es kommt so'n längere Fron. Ich mach doch nichts aus, aber wo? Bei der Nintendo ist es so langsam, gell? Ich hab ne Baumwollleitung. Willst du damit sagen, dass die... Oh nein, den bring ich jetzt nicht. Den mit schwarzer Baumwolle? Du Rassist. Tja, scheiße gelaufen. Jetzt schon. Hast nicht mal was gesagt, du bist schon der Rassist. Irgendwas machst du irgendwas verdammt falsch. So. Ich habe die Pilze. Die Pilze der Macht. Wollen Sie Wied kaufen? Wied, Wied, Wied. Ja, Gras hol ich mir auch gerade. Wer ist das da? Der Garne. Läuft noch bei den Sporn rum. Sauber. Boah, ich würd gern Slashkill eingeben. Aber ich weiß grad nicht, wo ich bin. Bei anderen Leuten. Achso, bei anderen Leuten. Ja, bei mir besonders, ne? Ne, bei dir nicht. Bei mir? Ihr müsst das so sehen. Der liebe Castillo ist Dortmund-Fan. Was ihn gleich immer 100% sympathischer macht. Das darfst du nicht sagen. Ich hab nur Bayern als Abo gemeint. Deswegen hab ich das mit Absicht nicht gesagt. Also Castillo ist Dortmund-Fan. Fick dich. Ist voll der Meinung, dass Uli Hoeneß direkt, äh, richtig bestraft wurde? Äh, ich bin, äh, bin nicht wirklich. Also ich bin wirklich der Meinung, dass der, äh, korrekt bestraft wurde. Weil so Leute, so, so, so Leute, die, ähm, weniger geben, gehen ja auch für 10 Jahre in den Knast. Hast du hier Eisen schon rausgehauen? Ich? Ja. Nein, du brauchst nicht raus, ich will das wirklich für die Optik haben. Hm. Nein, nicht bei dir, bei mir. Achso, ne. Okay. Ähm. Ich wollte hier Weed anpflanzen, ne? Genau. Hat jemand ne Wolle für mich oder weiß jemand, wo ein Schaf ist? Ne, ich hab... Ich weiß, dass ganz viele Schafe sind. Wo denn? Sag ich aber nicht. Koordinaten? Keine Ahnung. Sag ich nicht. Okay, äh, hier CMD, ich geh mal... Ich hab mein letztes Schaf gefunden. Klar. Donkey, ich geh mal Schafe suchen, ja? Okay. Töte mal ein paar Schafe für uns alle. Geh, warum für... Ne, nur für mich. Du nicht. Ich hab schon drei Wolle. Ich auch, also ich hab jetzt... Ich will jetzt jetzt nur einen Spawnpointer oben setzen. Alter, das Pferd trampelt mir auf mein Feld. Töte es. Das ist ein Pferd. Oh, es stimmt ne Lava. Ja, okay, ein Pferd ist nicht so... Ein Huhn, ein fucking Huhn. Ich töte das Huhn. Huhn? Da hat jemand Midori LP geschrieben. Was? Midori LP? Nein, er ist... Habt ihr falsch geschrieben. Midori. Ey, es gibt kein Midori. Es gibt kein Midori. Oh. Leute, das könnt ihr nicht machen. Oh fuck, Skelett, 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 ich sterbe. Ich bin so tot. Stirb, stirb, stirb. Ich bin so tot. Stirb, 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 stirb. Ich hau ab. Die wollen, die wollen, die wollen einen Kampf mit dir Midori. Im Ernst? Ja. Wer ist Midori? Ich kenne nur Migori. Migori. Oh fuck, er schießt auf mich. Ich werde verfeilt. Oh my god. Ich rette dich, mein Freund. Wo bist du? Oh, da ist ein Creeper. Beide. Ich durfte ihn töten, oder? Du darfst ihn töten. Da ist ein Creeper neben unserem Feld. Hast du was gesehen? Gut. Sauber Midori. Nice one. Super gemacht, Migori. Kill sie alle. Ach, der wollte sterben, verdammt. Das war ich jetzt nur als Ausrede. Ja, natürlich. Ich finde hier keine Schafe. Null. Sorry. Jawoller, Leute. Komm weg rüber. Alter, warst du plötzlich laut. Ich? Ja. Geil. Nee, nicht geil. Ich bin grad voll leise bei mir. Du bist mega laut. Oh mein Gott, hab ich übersteuert. Ich muss weg. Lalalalalala. Okay, so ist das in Ordnung. Wisst ihr mal was? Ihr könnt mich echt alle mal... Fuck, ich wollte Schüsseln machen. Keine. Um fünf nach fünf wolltest du aufhören, gell? Äh, deine Mamm? Ähm. Ja. Oh, ich sterbe an Hunger. Ich will noch kurz nach Hause ein Bett machen. Ich auch, deswegen mach ich mir jetzt Pilzsuppen. Hast du mir auch Wolle mitgebracht? Nein. Ich hab noch keine Wolle. Mikuri ist voll der Einzelgänger. Ja und? Lass ihn. Oh. Er ist halt scheiße. Wollte ich nicht gern. Kann man nichts machen, wenn er scheiße ist. Tut mir leid. Jo. Ja, Rassisten. Nur weil ich grün bin. Nein, du bist schwarz. Grün ist mein Leben. Alter, das war rassistisch. Nein, das war nicht rassistisch. Das war eine Feststellung. Nein, er ist schwarz. Nein, das war nicht rassistisch. Nein, das war nicht rassistisch. Aber Franzosen haben es auch verdient. Fromage! Fromage! Und alle wissen direkt, worum es geht, ey. Das ist immer so. Das ist wirklich jedes Mal so. Ähm, ja, äh, äh, ähm, ähm, ähm. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zugucken bei allen Leuten und bei den anderen Leuten nicht, weil die scheiße sind. Danke. Danke. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich mach jetzt ein bisschen Offscreen weiter, wie ihr das macht. Weiß ich nicht. Ja, ich auch. Genau. Weil, jetzt können wir noch nicht so viel zeigen. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem kleinen Fortschritt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.